Nachdem wir vor zwei Wochen unsere ETF-Analysereihe mit dem MSCI World Information Technology ETF von X-Trackers gestartet haben, verlinkt oben auf dem i und unten in der Videobeschreibung, möchten wir uns auch in dieser Woche wieder mit einem ETF beschäftigen, der aufgrund seines thematischen Schwerpunkts derzeit in aller Munde ist, nämlich mit dem Global Clean Energy ETF von iShares. Dieser ETF ist eine Nachbildung des S&P Global Clean Energy Indexes, welcher die 30 weltweit größten Unternehmen aus dem Bereich Umwelttechnologie beinhaltet. Der fortschreitende Klimawandel setzt die Politik und Wirtschaft nicht nur aufgrund der Fridays-for-Future-Bewegung zunehmend unter Zugzwang. Ein Anstieg der Durchschnittstemperatur von 0,2 Grad Celsius pro Jahrzehnt mag erst einmal harmlos klingen. Ohne zusätzliche Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels würde dies jedoch schon in einem Jahrhundert einen Anstieg bedeuten, der weitreichende Folgen für Mensch und Natur haben wird. Daher suchen Politik und Unternehmen händeringend nach technologischen Lösungen, welche die CO2-Emissionen reduzieren sollen. So veröffentlichte die deutsche Bundesregierung erst kürzlich im Juni die sogenannte Nationale Wasserstoffstrategie, unten unter dem Video verlinkt. Diese sieht eine Förderung der Weiterentwicklung der Wasserstofftechnologie in Milliardenhöhe vor. Genau auf diese Marktentwicklung setzt der Global Clean Energy ETF von iShares. Und er ist damit neben dem Luxor New Energy ETF der einzige ETF, der ausschließlich auf den Bereich Umwelttechnologie fokussiert ist. Wie dieser ETF insgesamt einzuordnen ist und welches Potenzial ein Investment mit sich bringen könnte, klären wir in der sogenannten 4P-Bewertung Produktkriterien, Portfolio, Performance und Prognose, welche euch aus der vorherigen ETF-Analyse bereits bekannt sein sollten. Vorneweg noch eine Information, dies ist keine Anlagenberatung und wir sind auch keine Finanzanalysten und keine Vermögensberater. Dies sind alles Informationen, die wir euch zukommen lassen. Wir übernehmen aber keine Haftung dafür, wenn ihr mit dem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren Verluste erwirtschaftet. Dieses Video dient also vor allem zu eurer Unterhaltung und zu eurer Information. Zunächst wollen wir nun einen Blick auf die allgemeinen Produktkriterien dieses ETFs werfen. Dazu konzentrieren wir uns auf die Kriterien, die für die Auswahl eines ETFs aus unserer Sicht maßgeblich sind. Dieser ETF unterliegt aufgrund des hohen Fondsvolumen einem sehr geringen Liquiditätsrisiko. ETFs sind im Durchschnitt schon ab einem Volumen von 100 Millionen Euro kosteneffizient und ermöglichen bei einem weiteren Volumenanstieg gewisse Skaleneffekte. Wie beispielsweise die breitere Verteilung der zur Nachbildung des Indexes notwendigen Fixkosten. Das Fondsvolumen dieses ETFs sollte also eure Kaufentscheidung zumindest nicht negativ beeinflussen. Mit einer Gesamtkostenquote von 0,65% liegt dieser ETF etwas über den durchschnittlichen Kosten, also Verwaltungsgebühren, eines ETFs von ca. 0,4 bis 0,5%. Zusätzlich ist ein Sparplan auf diesen ETF meist kostenpflichtig mit einem Ausgabeaufschlag von 1,5% und höher. Lediglich Scalable Capital und Trade Republic bieten diesen in einem kostenfreien Sparplan an. Ist ein ETF neu am Markt, unterliegen diese in der Regel einer knapp einjährigen Testphase. Diese birgt vor allem bei einem sehr geringen Fondsvolumen ein Profitabilitätsrisiko für das verwaltende Unternehmen und damit das Risiko einer frühzeitigen Schließung bzw. Liquidierung des ETFs. Bei einem fast 13 Jahre alten ETF und dem bereits thematisierten hohen Fondsvolumen ist das allerdings nahezu auszuschließen. Grundsätzlich wird zwischen ausschüttenden und thesaurierenden Fonds bzw. ETFs unterschieden. Während thesaurierende ETFs die Erträge, sprich Zinsen, Dividenden etc. direkt reinvestieren und damit das langfristige Potenzial zur Wertsteigerung erhöhen, werden die Erträge bei ausschüttenden ETFs wie bei dem Global Clean Energy ETF eben ausgezahlt. Welche Ausschüttungsart nun zu favorisieren ist, hängt von der jeweiligen Anlagestrategie ab. Wir bevorzugen eigentlich thesaurierende ETFs, da wir persönlich im Bereich ETFs primär auf Sparpläne setzen und damit eine langfristige Erhöhung unserer Anteile anstreben. Sicherlich sind aber auch Anlagestrategien sinnvoll, welche auf eine regelmäßige Liquiditätserhöhung in Form von Dividenden zielen. Daher haben wir hier die Ampel einmal auf Gelb gemacht. Auch wenn wir die unterschiedlichen Replikationsmethoden in unserer letzten Ausgabe der ETF-Analyse, wie gesagt, oben verlinkt und unter dem Video ebenfalls verlinkt, bereits ausführlich thematisiert haben, hier nochmal eine kurze Zusammenfassung. Grundsätzlich wird zwischen den drei verschiedenen Replikationsmethoden unterschieden. A. Physisch, das ist eine 1 zu 1 Nachbildung. Der ETF enthält genau die Wertpapiere in genau der Gewichtung, die im zugrunde liegenden Index abgebildet sind. B. Optimiert. Dies ist eine Teilnachbildung. In dieser Methode werden stellvertretend für den gesamten Index nach bestimmten Kriterien zum Beispiel nur die größten und liquidesten Titel gekauft, da diese in der Regel den größten Einfluss auf die gesamte Indexperformance haben. C. Eine synthetische Replikation. Dies ist keine Nachbildung. Synthetische ETFs beinhalten einen Wertpapierkorb mit einer beliebigen Auswahl an Titeln, von Aktien oder Anleihen zum Beispiel, die nicht denen des zugrunde liegenden Indexes entsprechen. Durch ein Tauschgeschäft bzw. einen sogenannten Swap wird dem ETF-Anbieter jedoch vom sogenannten Swap-Partner die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Indexes zugesichert. Mehr zu den unterschiedlichen Replikationsmethoden habe ich euch unter dem Video verlinkt. Welche Replikationsmethode hier zu bevorzugen ist, hängt auch wieder von der individuellen Anlagestrategie ab. Wir bevorzugen die physische Nachbildung, da wir mit unserem Geld auch in die Wertpapiere investieren möchten, die sich in dem von uns bewusst gewählten Marktsegment befinden. Insgesamt vergeben wir in der Kategorie der Produktkriterien 3,5 von 5 Sterne, da das Produkt per se aufgrund des hohen Formvolumen ein geringes Risiko zur Auflösung birgt und auch die von uns präferierte Replikationsmethode gewählt wurde. Unter negativen Einfluss stehen aus unserer Sicht lediglich die leicht erhöhten Kosten sowie die kurzfristig orientierte Ausschüttungsart. Der iShares Global Clean Energy ETF enthält Wertpapiere von 29 weltweit ansässigen Unternehmen aus dem Bereich Umwelttechnologie. Dieser ETF ist also nicht gerade breit gestreut, wenn man bedenkt, dass der in der ersten Ausgabe vorgestellte IT-ETF 176 Unternehmen und ein MSCI World ETF im Schnitt über 1000 verschiedene Wertpapiere enthält. Die mangelnde Diversifikation birgt also für den Anleger definitiv ein Risiko. Ein zusätzliches Risiko entsteht beim Blick auf die Gewichtung der enthaltenen Titel. Allein die größten 5 Positionen besitzen insgesamt eine Gewichtung von knapp 32%. Letztendlich könnte dies aber auch höhere Renditen ermöglichen. Außerdem ist zu beachten, dass die Gewichtung ohnehin volatil ist und den aktuellen Marktentwicklungen angepasst wird. Da die jeweiligen Werte sicherlich nicht jedem von euch bekannt sind, schauen wir uns zunächst die Marktsektoren der 5 größten Unternehmen per se ganz kurz an. Plug Power als einer der Vorreiter im Bereich Wasserstoff besitzt die höchste Gewichtung in diesem ETF. Innerhalb der letzten 12 Monate ist der Aktienkurs um unglaubliche 436% gestiegen. Auffällig ist, dass die 4 anderen Unternehmen alle im Segment Solar und Photovoltaik unterwegs sind. Windkraft taucht zumindest in den Top 5 gar nicht auf. Mit dem Blick auf die Hauptsitze der aufgelisteten Unternehmen kommt der Eindruck auf, dass sich dieser ETF sehr stark auf die USA fokussiert. Tatsächlich haben die Vereinigten Staaten innerhalb dieses ETFs mit fast 43% die mit Abstand höchste Gewichtung, was aber auch der Größe der Marktwirtschaft geschuldet ist. In nahezu allen MSCI World ETFs beispielsweise sind die Vereinigten Staaten mit deutlich über 50% gewichtet. Die nächst kleinere Gewichtung China des Global Clean Energy ETFs liegt nicht mal bei einem Viertel. Sehr interessant ist, dass Spanien mit seiner vergleichsweise kleinen Marktwirtschaft die drittgrößte Gewichtung darstellt, was unter anderem aber auch mit Siemens Gamesa zu tun hat. Eine ausführliche Betrachtung, auch von Siemens Gamesa und Siemens im Allgemeinen, habe ich euch oben auf dem i verlinkt bzw. ihr findet das Video dazu in der Videobeschreibung. Um einen Eindruck von dem Wachstumspotenzial des Portfolios insgesamt zu bekommen, haben wir basierend auf den fünf größten Werten, welche, Achtung wiederholend, eine Gewichtung von insgesamt 32% haben, drei elementare Kennzahlen im Durchschnitt berechnet. Umsatzwachstum, Gewinnwachstum und die Entwicklung der Nettomarge. Mit Blick auf das Umsatzwachstum wird eines sofort deutlich, wir bewegen uns hier in einem sehr volatilen Markt. Dass dem Klimawandel etwas entgegengesetzt werden muss und die sogenannte Klimawende durch Wasserstoff, Solar usw. herbeigeführt werden kann, ist schon seit Jahrzehnten im Gespräch. Nach wie vor gibt es aber ausgenommen von ein paar theoretischen Guidelines, wie die angesprochene Wasserstoffstrategie der Bundesregierung, keine eindeutige Marschrichtung, welcher Energiebedarf zukünftig mit welcher Technologie gedeckt werden soll. Dies erklärt auch die starken Schwankungen im Umsatzwachstum. Während es in den Jahren 2014 und 2015 zu großen Wachstumssteigerungen gegenüber dem Vorjahr kam, legte der große Hype für saubere Energien zunächst eine kleine Pause ein. In den letzten beiden Jahren steigt das Umsatzwachstum aber wieder deutlich an. Das Wachstum über 2020 hinaus betrachten wir später im Kapitel der Prognose. Auch wenn wir uns das Gewinnwachstum anschauen, ist eine sehr starke Volatilität zu erkennen. Dies hat unterschiedliche Gründe. Zum einen spielen hier natürlich auch die volatilen Umsatzzahlen eine Rolle. Letztendlich ist dies aber vor allem dadurch zu erklären, dass es sich von der Bilanz her betrachtet, um vergleichsweise kleine Unternehmen handelt, die sich in der Wachstums- bzw. Investitionsphase befinden. Es wird viel investiert und jedes Unternehmen will der Vorreiter der Energiewende sein. Blenden wir das erste Jahr einmal aus, in dem es durch einen starken Gewinneinbruch von Sunrun zu einem extrem starken Rückgang kam, ist im weiteren Verlauf ein durchgehendes Wachstum zu erkennen, was sich aktuell eindrucksvoll bestätigt. Der Blick auf die Nettomarge sollte die Anleger definitiv positiv stimmen, auch wenn die gewichtete Nettomarge der größten fünf Unternehmen im Jahr 2019 durchschnittlich nach wie vor leicht negativ war. Man sieht trotzdem einen sehr starken Trend. Mit Ausnahme der leichten Auf- und Abwärtsbewegungen zwischen 2016 und 2018 zeigt die lineare Entwicklung der Nettomarge eine enorme Steigerung von minus 62% im Jahr 2014 auf nur noch minus 6% im Jahr 2019. Hier ist besonders hervorzuheben, dass die Unternehmen Solar Edge und Sunrun schon seit 2017 eine positive Nettomarge aufweisen und auch First Solar im Jahr 2019 positiv abgeschnitten hat. Allein die hohe negative Marge von Plug Power drückt den gewichteten Average deutlich ins Negative. Insgesamt vergeben wir in der Kategorie Portfolio drei von fünf Sterne, da der ETF mit nur 29 Unternehmen zwar nicht gerade breit gestreut ist, die Performance der größten Unternehmen aber auf eine sehr positive Entwicklung des Marktes hindeuten. Neben dem starken Umsatzwachstum ist vor allem die Entwicklung der Nettomarge hervorzuheben. Schenkt man den Hochrechnungen der Klimaforscher auch nur ein wenig Glauben, steht den Unternehmen in diesem Sektor wohl eine gute Zukunft bevor. Wir vergleichen heute unseren iShares Global Clean Energy ETF mit den folgenden anderen ETFs. Einmal standardmäßig mit einem MSCI World ETF von X-Trackers, mit dem New Energy ETF von Luxor, mit einem länder- und branchenspezifischen ETF, nämlich dem S&P 500 Energy Sektor ETF von iShares und letztendlich mit dem MSCI World Energy ETF von X-Trackers. Diese ETFs beinhalten natürlich völlig unterschiedliche Produktkriterien, die es dementsprechend gesondert zu analysieren gilt. Wir sehen in der Performance seit März 2016, was übrigens der längste verfügbare Zeitraum für einen Vergleich mit diesen ETFs ist, dass der Luxor New Energy ETF das beste Wachstum hingelegt hat. Dahinter folgt aber schon der von uns hier analysierte iShares Global Clean Energy ETF. Der New Energy ETF von Luxor kommt für uns trotz seiner starken Performance nicht in Frage. Kurz gesagt, der New Energy ETF ist ein synthetischer ETF, was nicht unserer Anlagestrategie entspricht. Zudem ist er ebenfalls ausschüttend und die größten drei Positionen bzw. Aktien im ETF machen bereits 45% des Portfolios aus. Auch beim Luxor New Energy ETF sind die Kosten des ETFs relativ hoch. Es sei jedoch gesagt, dass beide ETFs, also sowohl der von Luxor New Energy ETF als der von uns analysierte iShares Global Clean Energy ETF, zu Zeiten der Wirtschaftskrise 2008 einen extremen Preisverfall erlebt haben, von dem sie sich genau genommen bis heute nicht erholt haben. Etwas einfacher dargestellt ist der Vergleich der Performance in dieser Grafik. Seit 2016 erzielte der New Energy ETF eine Rendite von 109%. Der iShares Clean Energy ETF kommt auf 87%. Zum Vergleich, der MSCI World ETF erzielte in dem gleichen Zeitraum eine Rendite von gerade einmal 52%. Der X-Trackers MSCI World Energy ETF hingegen erzielte einen Verlust in Höhe von 28%. Genau wie der iShares S&P 500 Energy ETF, der einen Verlust in Höhe von 36% erzielte. Wenn wir uns nur die letzten 12 Monate anschauen, dann sehen wir erneut, dass sowohl der MSCI World Energy ETF als auch der iShares S&P 500 Energy ETF über die letzten 12 Monate Verluste erzielt haben und daher nicht sichtbar sind. Der MSCI World ETF kommt hier auf knapp unter 10% Rendite, während der Luxion New Energy ETF mit knapp 37% Rendite dieses Mal schlechter abgeschnitten hat, als der von uns in diesem Video analysierte iShares Global Clean Energy ETF, der auf beinahe 45% Rendite kommt. In der Bewertung der Performance geben wir für den iShares Global Clean Energy ETF eine Bewertung von 3 von 5 Sternen. Im Vergleich zu den anderen Energy ETFs legte er das beste Wachstum hin, was in der langfristigen Betrachtung zwar durch den New Energy ETF leicht geschlagen wurde. Wie die Zukunftschancen aussehen, das schauen wir uns im folgenden Kapitel der Prognose an. Bevor wir zur Prognose kommen, haben wir eine Bitte an euch. Mittlerweile arbeiten wir mit zwei Personen an diesem Kanal, um noch besser recherchierten Content bieten zu können. Wir nutzen keine Affiliate Links zu irgendwelchen Brokern und wir haben auch keine Werbepartnerschaft mit den gezeigten Unternehmen oder anderen Unternehmen. Ihr unterstützt uns somit einzig und allein damit, dass ihr einen Daumen nach oben dalasst, einen Kommentar schreibt und den Kanal abonniert. Wenn ihr zusätzlich noch die Glocke aktiviert, dann weiß der YouTube-Algorithmus, dass unsere Videos beliebt sind und zeigt sie überhaupt erst mehrere Nutzern an. So steigt unsere Reichweite und das motiviert uns Woche für Woche noch mehr zu recherchieren und noch mehr Arbeit in diese Videos zu stecken. Vielen Dank für eure Hilfe. Die Prognose zum iShares Global Clean Energy ETF starten wir mit einem Blick auf den Energiebedarf in der Zukunft. Einer Studie von BP zufolge steigt der Energiebedarf für das Jahr 2040 auf umgerechnet 18 Milliarden Tonnen Öl weltweit. 2017 lagen wir hier noch bei unter 14 Milliarden Tonnen. Dies entspricht einem Wachstum im Energiebedarf von fast 29 Prozent allgemein. Energie wird also in der Zukunft mehr denn je benötigt. Der größte Energieverbrauch ist im Jahr 2050 jedoch mit Abstand in Asien zu verzeichnen. Auch Afrika erlebt in Zukunft einen starken Anstieg im Energiebedarf. In absoluten Zahlen ist Asien jedoch mit über 400 Billiarden BTU die Region in der Welt, wo die meiste Energie verbraucht wird. In Europa ist das Wachstum hingegen relativ gering. Wie wir in der Portfolioanalyse gesehen haben, stammen ca. 11 Prozent der Bestandteile des ETFs aus China. Nimmt man die restlichen asiatischen Regionen dazu, so kommt man dem ETF bereits jetzt auf einen relativ hohen Anteil der asiatischen Unternehmen. Nichtsdestotrotz können ja auch amerikanische und europäische Firmen von dem steigenden Bedarf in Asien profitieren, indem sie dort Technologie und Know-how zur Verfügung stellen. Wir dürfen aber jetzt nicht vernachlässigen, dass die Asiaten und Chinesen häufig auf ihre eigenen Lösungen setzen. Um also von der Energienachfrage der Zukunft profitieren zu können, ergibt ein Investment in einen ETF, der regelmäßig auch aufstrebende neue Firmen aus dem Sektor hinzufügt, sehr viel Sinn. Denn wie wahrscheinlich ist es, dass wir bereits jetzt Firmen aus Asien kennen, die in Zukunft den Markt dominieren werden? Ziemlich unwahrscheinlich. Der weltweite Energiebedarf wird einer Studie von ExxonMobil zufolge im Jahr 2040 weiterhin von Öl, Gas und Kohle dominiert. Die erneuerbaren Energien erleben allerdings als einzige Energieform, wenn man denn sie so zusammenfassen möchte, ein starkes Wachstum. Von etwas mehr als 12% im Jahr 2017 auf über 18% im Jahr 2040. Und man darf ja nicht vergessen, diese Anteile sind die Anteile am gesamten Energiebedarf. Der gesamte Energiebedarf in diesem Zeitraum steigt ja, wie wir eben erfahren haben, auch um fast 30% in diesem Zeitraum. Auf der anderen Seite ist der Begriff Gas natürlich auch sehr allumfassend, da hier auch Flüssiggase dazuzählen. Mit einigen Wasserstoffunternehmen im ETF ist ja das Thema Gas auch nicht uninteressant. Und es ist nicht klar, wie viele Firmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien nicht auch hier unter die Kategorie Gas fallen, die hier mit einem sehr großen Anteil im Jahr 2040 vermerkt ist. Weiterhin darf man nicht vergessen, dass die meisten Studien in diesem Segment durch Unternehmen wie BP oder ExxonMobil in Auftrag gegeben worden sind. Diese Firmen aus der Mineralölbranche besitzen natürlich ein gewisses Interesse daran, dass ihre Geschäftsfelder in den Prognosen nicht allzu schlecht dargestellt werden. Eine weitere Studie von ExxonMobil, die eine Prognose für den Energieverbrauch von erneuerbaren Energien für Deutschland abgibt, zeigt, dass das Wachstum von erneuerbaren Energien in Deutschland ab 2020 nicht deutlich ansteigt. Strategien und Vorgaben wie die Wasserstoffstrategie der Bundesregierung aktuell zum Beispiel, sowie viele weitere Bestrebungen und unterschiedliche Initiativen lassen an dieser Prognose allerdings berechtigte Zweifel aufkommen. In den USA sollen die erneuerbaren Energien an der gesamten Energieproduktion jährlich bis zum Jahr 2050 mehr als 20% ausmachen. Auch in den USA ist dies die am stärksten wachsende Energieform. Während Kohle und Öl rückläufig sind, steigt hier ebenfalls das Gas leicht an. Wir vergeben in der Prognose ganz gute 3,5 von 5 Sterne, da die Prognose auf ein stetiges Wachstum im Energiebedarf und auf ein Wachstum der erneuerbaren Energien im Speziellen hindeutet. Und das, obwohl diese Studien mehrheitlich von Mineralölfirmen beauftragt worden sind. Ein paar Sterne Abzug gibt es deshalb, weil natürlich nicht gesichert ist, dass dieses Wachstum tatsächlich so eintritt und für einzelne Märkte wie Deutschland beispielsweise ein eher geringes Wachstum vorhergesagt wird. Wie immer gilt natürlich bei der Prognose, hier gibt es starke Unsicherheiten und keiner kennt die Zukunft mit Gewissheit. Wie schätzt ihr diese Prognosen ein? Haben die Mineralölfirmen hier bewusst die erneuerbaren Energien etwas schlechter gerechnet? Oder trifft der Hype auf erneuerbare Energien schlicht und ergreifend nicht zu? Für die Produktkriterien haben wir 3,5 Sterne vergeben, da hier allgemein ein geringes Risiko zur Auflösung des Fonds besteht. Auf der anderen Seite aber die Kosten relativ hoch sind. Für das Portfolio haben wir 3 von 5 Sterne vergeben, da recht wenig Unternehmen in diesem ETF enthalten sind. Diese aber stellvertretend durch die größten 5 ein starkes Umsatzwachstum und einen positiven Trend in der Nettomarge aufweisen. In der Performance haben wir ebenfalls 3 von 5 Sterne vergeben, da das Wachstum des ETFs für den Energiesektor einmalig ist, jedoch aber durch einen hohen und großen Kursverlust zu den Zeiten der Wirtschaftskrise 2008 gekennzeichnet ist. In der Prognose haben wir 3,5 von 5 Sterne vergeben, da das Wachstum für die erneuerbaren Energien durch sämtliche Studien bestätigt wird. Dennoch werden wir den betrachtenden Statistiken zufolge auch im Jahr 2040 und 2050 noch einen großen Anteil an fossilen Energieträgern nutzen müssen. Die Sterneabzug gibt es aber vor allem aufgrund der Unsicherheit, die bei der ganzen Thematik mitschwingt. Dieses hochpolitische und emotional diskutierte Thema verleitet alle Seiten dazu, Statistiken häufig ins Extreme zu treiben, sodass die Glaubwürdigkeit häufig nur mittelmäßig ist. Insgesamt haben wir also einen Durchschnitt von 3,25 Sternen, den wir auf 3,5 Sterne aufrunden. Letztendlich müsst ihr vor eurer Investitionsentscheidung selbst abwägen, wie stark ihr die erneuerbaren Energien in der Zukunft seht. Denn ganz klar, dieser ETF ist eine Wette auf erneuerbare Energien. Der Klimawandel ist jedoch ein Fakt, der erneuerbare Energien erforderlich macht. Sämtliche, auch von moralischen Gegnern der erneuerbaren Energien verfasste Studien, zeigen hier das stärkste Wachstum für die Zukunft auf. Auf der anderen Seite gilt es natürlich, die in diesem ETF abgebildeten Unternehmen kritisch zu betrachten. Die geringe Anzahl an Unternehmen in diesem ETF macht den ETF natürlich sehr risikoreich, wenn gleichaufstrebende Firmen natürlich in den Index und damit auch in den ETF aufgenommen werden würden. Dies hat aber natürlich einen zeitlichen Versatz. Was meint ihr? Wären auch lediglich drei Sterne oder noch weniger gerechtfertigt gewesen? Schreibt es unbedingt in die Kommentare. Uns hat diese Folge wieder erneut eine Menge Spaß gemacht und wir haben eine Menge gelernt bei den Recherchen. Und ich bedanke mich bei Hendrik für seine tatkräftige Unterstützung wieder mal bei diesem Video. Liked das Video, wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal und stimmt auf unserem Kanal unter dem Tab Community darüber ab, welche Aktie wir in der kommenden Woche auf diesem Kanal analysieren sollen. Bis dahin, ciao. Liked ja, ciao. Liked das Video, wenn es euch gefallen hat, ihr seid, ihr seid. Vielen Dank.